Liebe Studierende SE1, willkommen zum letzten inhaltlichen SU. Wir reden über Verhaltensmodellierung und genauer gesagt über UML, Zustandsmaschinen und Zustandsdiagramme. Ein Thema, was Sie vielleicht schon etwas kennen, weil Sie sich mit Automaten beschäftigt haben, zumindest in den ersten Semestern. Und das liegt nicht besonders weit weg von dem, was Sie dort besprochen haben. Also, worum geht es heute? Schon gesagt, UML, Zustandsmaschinen. Komplexer ist es nicht. Es gibt dazu eine Übung. Bitte machen Sie den Arbeitsbogen. Er hilft Ihnen, sich vorzubereiten für die Klausur. Und ich hoffe auch praktisch eben, Ihnen dieses Thema näher zu bringen, damit Sie in der Lage sind, Zustandsmaschinen zu modellieren. Auf völlig eigenständige Art und Weise. Lernziele, die Sie mitnehmen sollen, gehen dazu absolut Hand in Hand. Sie sollen diese Zustandsmaschinen anwenden können. Das heißt, Sie sollen Zustandsmaschinen-Diagramme letztendlich selber zeichnen können. Das ist, was ich erwarte. Und dazu ist es natürlich notwendig, dass Sie verstanden haben, wie man diese Diagramme zeichnet und was die einzelne Notation bedeutet. Das heißt, was da dahinter steht. Das ist nicht so wahnsinnig schwierig, aber es sind schon ein paar Sachen, die man da vielleicht auswendig lernen müsste. Und ja, wir gehen jetzt einfach durch. Am Ende gibt es noch ein relativ komplexes Beispiel. Und wie gesagt, dann machen Sie am besten den Arbeitsbogen, um das einfach praktisch zu festigen. Fangen wir an mit Zustandsmaschinen. Grundsätzlich muss ein bisschen ausfohlen, wo können wir diese Zustandsmaschinen-Geschichte denn einordnen? In der UML, da haben Sie ja jetzt relativ reichhaltig kennengelernt, gibt es die Möglichkeit, Struktur zu modellieren. Zum Beispiel durch Klassendiagramme. Und Sie können Interaktion modellieren, beispielsweise durch Sequenzdiagramme. Sie können aber auch Verhalten modellieren. Das heißt, das, was zum Beispiel in einer Klasse geschieht, wenn man eine Methode aufruft. Und das machen wir durch eine Art von Automaten. Sage ich mal, Automatentheorie ist ja ein sehr altes Thema in der Informatik. Aber das, was die UML macht, ist so, sage ich mal, die neueste und auch vielleicht komplexeste Geschmacksrichtung davon. Unterscheidet sich auch so ein bisschen von dem, wozu die Automatentheorie mal gedacht war. Die ist nämlich, kommt so ein bisschen auch aus so einer mathematischen Richtung, kommt eher so aus der theoretischen Informatik, hat aber ganz handfeste, praktische Anwendungen. Und jedenfalls gibt es mehrere Diagrammarten in der UML, mit denen Sie Verhalten darstellen können. Beispielsweise das sogenannte Aktivitätsdiagramm, aber auch eben das Zustandsdiagramm. Ich habe mich jetzt entschieden, das Zustandsdiagramm mit Ihnen zu machen. Man hätte genauso gut das Aktivitätsdiagramm machen können. So wahnsinnig weit liegen die jetzt nicht auseinander. Aber beim Zustandsdiagramm, davon verspreche ich mir, dass es Ihnen als technischen Informatiker näher liegt. Weil Automaten kann man auch gut im Code umsetzen, State Machines. Das ist etwas, was Sie eigentlich kennen müssten. Und ich glaube, das ist so, die UML-Geschmacksrichtung davon kennenzulernen, ist für Sie, glaube ich, näher liegend jetzt als Aktivitätsdiagramme zum Beispiel. Aber Sie können selber nach diesem Kurs definitiv sich auch Aktivitätsdiagramme angucken und verstehen. Das Wissen sollten Sie haben, weil Sie die UML generell kennen und dann die anderen Diagrammarten kennenzulernen nicht so schwierig ist. Jetzt muss man wissen, es gibt dann auch noch zwei Varianten von Zustandsautomaten. Es gibt die sogenannten Protocol State Machines und die Behavioral State Machines. Also die einen definieren Protokolle und die anderen Verhalten. Und wir wollen uns die Sachen mit dem Verhalten angucken. Die Protocol State Machines, die sind meiner Meinung nach ein bisschen einfacher. Damit ist es möglich, zum Beispiel an der Schnittstelle festzulegen, in welcher Reihenfolge bestimmte Aufrufe kommen können. Also Einschränkungen in der Benutzung von Classifying Interfaces und Ports. Das kann man mit Protocol State Machines machen. Also man kann zum Beispiel legale Interaktionen im Rahmen eines Protokolls definieren. Aber Behavior State Machines sind ein bisschen weiter. Die zeigen wirklich, wie man verhalten, aber zustandsbasiertes Verhalten. Wenn das Verhalten zum Beispiel aufgrund eines neuronalen Netzes erfolgt, kann man das hiermit nicht modellieren. Es geht nur um Dinge, die sich gut in Zustandsmaschinen ausdrücken lassen, in Zuständen. Und da müssen wir gleich drüber reden, was Zustände sind. Machen wir ja auch als nächstes. Was sind Zustände? Ich habe hier ein Beispiel. Auf der rechten Seite sehen Sie ein Glas. Ich wage gar nicht zu sagen, was es war. Früher war das mal rot, aber ich habe es auf die Beutfarben angepasst. Also es ist kein Wein mehr. Limonade vielleicht? Inka-Cola zum Beispiel. In Südamerika gibt es ein Getränk, das sieht sehr ähnlich aus, das ist aber eher gelb. Also Modellierung von Zuständen. Auf der rechten Seite sehen Sie ein Glas mit einem völlig unklaren Inhalt, ein blau-türkises Getränk. Und ich habe dieses Glas mal modelliert mit drei Zuständen. Voll, halb voll und leer. Das heißt, was ich gemacht habe, ist eine Abstraktion. Das Volumen ist weitgehend kontinuierlich. Also wir vereinfachen das mal. Wir kümmern uns jetzt nicht um Moleküle oder so etwas. Wir sagen einfach, es ist ein kontinuierliches Volumen, zum Beispiel in Millilitern. Und ich bilde es auf drei diskrete Zustände ab. Das erfordert Domänenwissen und das hat auch eine bestimmte Sichtweise. Zum Beispiel ist dieses Glas halb voll und nicht halb leer. Das heißt, alles was auf Modellierung zutrifft, trifft weiterhin zu. Ist für einen Zweck gemacht. Es verkörpert eben eine bestimmte Sichtweise. Und es ist Abstraktion. Denn ich kann jetzt nur noch darüber reden, ist das Glas voll, halb voll oder leer. Ich kann nicht mehr darüber reden, es ist irgendwo bei halb voll, aber etwas näher zu voll als zu leer und so. Oder es hat 370 Milliliter und so. Das geht nicht mehr. Sondern ich kann es nur noch in diesen drei Dingen machen. Und das nennen wir Zustände. Das heißt, die repräsentieren eine statische Situation. Das Glas ist voll beispielsweise. Sie können mit Zuständen aber auch sogenannte dynamische Situationen repräsentieren. Der Motor läuft. Da ist die Situation an sich dynamisch. Da bewegt sich was. Der Motor macht irgendwas. Aber sie charakterisieren das Ganze als das System ist aktiv beispielsweise. Das kann genauso ein Zustand sein. Zustände in UML-Zustandsdiagrammen werden hier unten mit so einem Rechteck mit abgerundeten Ecken. Wenn Sie das händisch malen, malt niemand die abgerundeten Ecken. Das ist aber die UML-Notation für einen Zustand. Und dann gibt es spezielle Zustände. Und zwar dieses Ding hier und dieses Ding hier. Und das hier ist der Start-Zustand und das ist der End-Zustand. So nennt man das. Das heißt, dieses Ding markiert und zwar mit diesem Pfeil hier. Über die Pfeile reden wir später noch. Markiert den Zustand, in dem diese Zustandsmaschine, in dem dieses Zustandsdiagramm anfängt. Das müsste man sich jetzt beim Glas fragen, was das ist. Ich denke mal leer wäre der Anfangszustand. Man könnte genauso modellieren, dass das Glas am Anfang voll ist. Das ist Ihre Entscheidung, wie Sie gerne Ihr System modellieren wollen. Und dann gibt es einen End-Zustand. Das ist der hier. Und da ist es so, das System verharrt in diesem End-Zustand. Es kann da nicht wieder raus. In dem Moment ist sozusagen das Verhalten, das beschriebene Verhalten gelaufen und das System wartet hier bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis es weggeräumt wird. Da könnte man zum Beispiel sagen, leer ist so etwas, ebenfalls ein End-Zustand. Aber oft ist es auch so, dass es jetzt nicht so richtig viel Sinn macht. Einen Anfangszustand sollte man immer haben, weil man programmatisch in dieses Verhalten ja einspringen muss. Man muss also irgendwann sagen, hier geht's los. Und normalerweise gibt es auch einen Rücksprung. Und das sind diese Anfangs- und Endzustände. Bei manchen Systemen, wenn Sie Analyse betreiben und irgendein Phänomen aus der realen Welt, ein Glas zum Beispiel, beschreiben, dann ist ein End- und ein Anfangszustand relativ sinnfrei. Der ist frei wählbar, weil es sagt nicht viel aus, wo das Ende eines Glases ist. Letztendlich ist es ja so, es ist leer und irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt wird es wieder gefüllt. Also das macht eigentlich nur Sinn, wenn wir Zustandsmaschinen als Verhalten betrachten, eine Verhaltensbeschreibung, die aufgerufen wird und die irgendwann, also irgendwo eingesprungen wird und wo irgendwann rausgesprungen wird. Jetzt müssen wir uns über dieses Springen unterhalten. Die Übergänge zwischen Zuständen. Wie kommt man überhaupt von einem Zustand zum anderen? Und das wird bei Zustandsautomaten oder Maschinen, wird das Transitionen genannt, weil man irgendwo rüber geht. Oder man kann das auch Kanten nennen. Es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass das einen Graphen bildet. Zustände sind Knoten und Transitionen sind Kanten. Also nennen wir sie mal Transitionen und sie verbinden immer einen Ausgangs- mit einem Zielzustand. Nicht ganz richtig, da gibt es noch so eine, es können noch mehrere verbunden werden, aber kommen wir später hin. Jetzt ist es erstmal so, die verbinden zwei Zustände und das drückt einen Wechsel des Zustands aus. Das heißt, ein Zustand wird verlassen, der Ausgangszustand und der neue Zustand wird betreten. Das wird reingegangen. Das heißt, wenn Sie hier unten das mal angucken, dann haben Sie diesen Initialzustand, den da und von dem gehen Sie in den Zustand voll und als nächstes kommt eine Kante. Also sind jetzt im Zustand voll. Hier drin, da sind wir jetzt. Ich stelle mir das immer so vor, da steht eine Halmer-Figur und die wartet da jetzt. Und jetzt können wir weitergehen über die Transition, aber nur, und das ist jetzt wichtig, wenn ein Ereignis eintritt. Und dieses Ereignis, das ist an der Transition notiert. Und zwar, da steht einfach dran, jemand trinkt. Das ist ein Ereignis. Das ist kein sehr technisches Ereignis. Das heißt, wir werden Schwierigkeiten haben, das in einem Programm auszuwerten. Macht aber nichts, weil wir eine Zustandsmaschine haben, die wir lesen wollen. Wir wollen ja nicht, dass sie einen Computer ausführt, wir wollen die lesen. Und da ist es völlig okay. Ich kann ja feststellen, wenn jemand trinkt. Ich gucke den an und wenn er trinkt, trinkt er. Also nicht besonders schwierig für einen Menschen. Wenn jemand also trinkt, dann gehen wir über diese Transition und sagen, jetzt sind wir bei halb voll. Okay, das ist, Sie sehen ungenau, weil das mag ganz, ganz voll noch sein, aber so ein Schluck fehlt. Aber dann sage ich, ist halb voll. Und dann sind wir in halb voll und dann gibt es, ups, gibt es hier die Möglichkeit, weiter zu, dass wieder jemand trinkt und es immer noch bei halb voll bleibt. Ist klar? Ich habe halb voll, das ist ja so ein riesen Bereich, den ich definiert habe. Jetzt trinkt jemand drei Schlucken und es ist immer noch in diesem Bereich halb voll. Und das ist eine Transition, die auf sich selber zurückführt, eine reflexive Transition, analog zur reflexiven Assoziation. Also etwas, was auf sich selber zurückgeht, ist kein Problem, das geht. Aber irgendwann trinkt jemand und das Modell ist im Zustand leer. Hm. So, jetzt sind Ihnen vielleicht ein paar Sachen aufgefallen, würde ich zumindest hoffen. Oder eine Sache speziell. Nämlich, dass an jeder von diesen Transitionen das gleiche Ereignis notiert ist. Das heißt, jede Transition veranlasst den Zustandswechsel unter dem gleichen Ereignis. Und wenn man jetzt an dieser Stelle halb voll steht und das Ereignis jemand trinkt, tritt ein. Woher weiß denn das Modell, ob es zu leer geht oder ob es zurück zu halb voll geht? Die Antwort ist sehr einfach. Das Modell weiß das nicht. Das heißt, das Modell nennt sich indeterministisch. Es ist nicht deterministisch. Und das ist kein Problem erstmal. Das ist ein großes Problem, wenn Sie versuchen, dass ein Computer dieses Modell interpretiert. Weil Computer sind deterministisch. Computer kommen nicht damit klar, dass ein Ereignis kommt und es zwei Möglichkeiten gibt. Sondern bei einem Computer muss es klar sein, geht er jetzt links oder geht er jetzt rechts. Andererseits könnte Ihr Algorithmus nicht ausfüllen. Ganz mini Exkurs. Es gibt natürlich Modelle, wo mit Zufällen gearbeitet wird. Probabilistische State Machines. Also State Machines, wo die Ereignisse, die an diesen Assoziationen stehen, Wahrscheinlichkeiten sind. Das sind nämlich nicht nur Ereignisse, die man da ranschreiben kann. Da kann man ziemlich viel ranschreiben. Und eben bei diesem, sage ich mal, heuristischen oder probabilistischen State Machines ist es so, dass da Wahrscheinlichkeiten stehen können. Das heißt zum Beispiel, 10% wahrscheinlich, dass jemand zu leer geht oder dass es weiter bei leer geht. Und 90% wahrscheinlich, dass es weiter zu halb voll geht. Solche Automaten oder Maschinen haben ihre Daseinsberechtigung. Es sind für uns aber jetzt nicht interessant, weil wir vorhersagbares Verhalten haben wollen. Wir wollen nicht, dass die irgendwas tut und vielleicht mal ein Verhalten entwickelt, was wir wollen. Sondern wir wollen, dass wir ein Verhalten beschreiben können, was jedes Mal gleich abläuft. Das heißt, wir wollen es deterministisch haben. So, das ist nicht deterministisch. Das haben wir schon festgestellt. Jetzt gibt es aber Möglichkeiten, das deterministisch zu machen. Und zwar haben sie mehr Möglichkeiten, sogenannte Beschriftungen an diese Transitionen zu schreiben. Also das, wo im Moment nur das Ereignis steht, unter dem die Transition, ich sage oft auch, schaltet. Also unter dem von einem Zustand zu einem nächsten über diese Transition gewechselt werden kann. Dort kann man noch andere Sachen dran schreiben. Und was erzähle ich Ihnen jetzt? Erstmal sogenannte Wächterbedingungen, Guard Conditions. Die werden in eckigen Klammern geschrieben. Das, was Sie hier rot in der Zeichnung sehen, ist eine Wächterbedingung. Und da, was da passiert ist, wenn das Ereignis eintritt, was Sie da notiert haben, jemand trinkt, und zusätzlich die Wächterbedingung, ein Buhlscher Ausdruck, wenn die wahr wird, dann wird diese Transition genommen. Und wenn Sie das jetzt geschickt modellieren, dann können Sie die ja exklusiv modellieren. Das heißt, wenn wir in Halbvoll stehen und jemand trinkt, dann gab es ja vorher die zwei Möglichkeiten. Gehe ich zu leer, weil das Glas leer ist, oder gehe ich wieder zu Halbvoll, weil noch was drin ist. Und jetzt können wir aber die so modellieren, dass nur entweder eine oder die andere Richtung gegangen werden kann. Das heißt, Exklusivität. Und das machen Sie, indem Sie an die eine zum Beispiel nichts mehr drin und an die andere noch etwas drin ran schreiben. Das heißt, jetzt muss man gucken, ist denn noch was im Glas? Falls nichts mehr drin ist, gehen wir zu leer. Falls noch was drin ist, ist es immer noch Halbvoll. Also es ist eine ziemlich lange Zeit Halbvoll. Aber das gibt uns jetzt eine Möglichkeit, das deterministisch zu durchlaufen, dieses Modell. Also was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Beschriftung von Transitionen. Haben wir jetzt die Ereignisse, die die Transition triggern, schalten und die Guard Conditions, die Bedingungen, unter denen diese Transition geschaltet werden kann. Also es ist eine reine Unverknüpfung. Kommt dieses Ereignis und stimmt diese Bedingung. Okay. Wächterbedingungen. Jetzt das volle Ding. Man kann nämlich nicht nur Ereignisse und Bedingungen ranschreiben. Nein, man kann auch Aktionen ranschreiben. Aktion ist irgendetwas, was ausführt. Wenn die Transition überquert wird, wenn sie schaltet, dann führt eine bestimmte Aktion aus. Das ist jetzt der Standard für die Beschriftung von Transitionen. Aktionen werden dabei immer mit so einem Schrägstrich hinter die Bedingung geschrieben. Das heißt, die Notation, bitte prägen Sie sich die ein, ist immer zuerst steht E, das Ereignis, dann kommt Optional, also nein, alle Teile sind optional, dann kommen in eckigen Klammern eine Bedingung und dann kommt ein Schrägstrich in die Aktion. Alle Teile sind optional. Sie können nichts an einer Transition stehen haben. Diese Transition schaltet immer. Sobald ich den Zustand betrete, geht es über die Transition weiter. Eine sogenannte Epsilon-Transition, so nennt man die oft. Sie können nur ein Event haben oder nur eine Bedingung oder nur eine Aktion oder irgendeine Kombination dieser Teile. Notationell müssen Sie immer die Bedingung in eckigen Klammern setzen. Notationell müssen Sie immer vor einer Aktion den Slash schreiben, den Schrägstrich. Ja, das ist wichtig, dass Sie sich das merken, können auswendig lernen. Sie können in der UML, das machen nicht alle diese Formalismen, es gibt sehr, sehr viele Zustandsdiagrammen, Zustandsmaschinen, Formalismen, aber in der UML kann man mehrere Events Komma getrennt hinschreiben. Man kann sagen, Fu und Bar, also Fu Komma Bar und dann eine Bedingung und dann eine Aktion. Gibt nur eine Bedingung und gibt nur eine Aktion. Bei den Bedingungen ist das ziemlich egal, weil es booltsche Ausdrücke sind. Da können Sie also mit und 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 oder und so arbeiten. Sie können Verknüpfung machen. Das heißt, da können Sie eigentlich sehr viele Bedingungen ineinander verknüpfen und auch die Aktionen. Da könnten Sie sich eine Aktion ausdenken, die viele Sachen auslöst. Gut, also alles optional. Das ist vielleicht ganz spannend und Epsilon-Transitionen sind diese Null-Transitionen, diese Transitionen, wo nichts dran steht. Jetzt gucken wir uns mal an, wozu das führt, wenn wir das machen. Sehen Sie sich das Beispiel hier unten an. Ich habe einen Counter, einen Zähler, der bis 10 zählt, mal modelliert. Und es gibt nur ein Ereignis. Das Ereignis heißt Count. Und jedes Mal, wenn Count kommt, das könnte zum Beispiel ausgelöst werden durch einen Tastendruck oder durch einen Timer oder dadurch, dass jemand in einem Spiel ein Alien abschießt. Man weiß es nicht. Count sorgt dafür, dass dieser Zähler inkrementiert wird. Also unser Modell beginnt im Initialzustand, im Startzustand. Wie gesagt, hier. Dann gehen wir zu Zählen. Und jetzt sind wir im Zustand Zählen. Und jetzt warten wir darauf. Dieser Weg vom Initialzustand in den Zählenzustand, der wird automatisch gegangen. Denn da darf sogar, schreibt die URL vor, gar keine eigene Stehen. Was da aber steht, ist eine Aktion. Schrägstrich, weil es eine Aktion. A gleich 1. A müssen Sie jetzt einfach mal als Variabel auffassen. Denken Sie sich, ist eine Integer-Variabel. Ich habe noch nicht gesagt, wo a herkommt. Kann ich in diesem Modell witzigerweise auch nicht machen. Ich verrate Ihnen jetzt einfach, a ist eine Integer-Variabel und das, was ich da hinschreiben kann, da benutze ich eine c-artige Syntax. Auch das, witzigerweise, UML schreibt nicht vor, wie die Syntax aussieht für diese Bedingung und für die Aktion. Da kann man alles Mögliche nehmen. Da trifft die UML schlichtweg keine Aussage. Ist von manchen Leuten Kritikpunkt an der UML und da gibt es, sage ich mal, Erweiterung von der UML in Richtung zum Beispiel Executable UML, sowas, wo man ausführbare Modelle tatsächlich definieren kann, die vom Computer ausgeführt werden können. Aber die UML ist gedacht für den Menschen, also können Sie da ranschreiben, was Sie wollen, solange es andere Menschen verstehen. Da müssen Sie sich nur darauf einigen, was Sie da machen. In dem Fall hier irgendeine Art von c-Notation, mit der Sie vertraut sein sollten. Also, ich gehe vom Initialzustand, fangen wir nochmal an, unter der, nein, ich gehe über in zu zählen und gleichzeitig, wenn ich das mache, wird der Wert a mit 1 initialisiert. Das heißt, mein Zähler startet mit 1. Okay, jetzt bin ich im Zustand zählen. Jetzt kommt, also entweder könnte ich direkt diesen Schlusszustand verlassen zum Endzustand. Das geht aber nur unter der Bedingung, dass a den Wert 10 hat. Hat es aber nicht, weil a hat den Wert 1. Okay, also diese Bedingung schaltet nicht, das heißt, ich kann hier nicht rüber gehen. Dann gibt es noch eine zweite Transition, das wäre so eine reflexive Transition. Sehen Sie ja, diese hier. Bei der ist es so, die ist ein bisschen komplexer aufgebaut. Die hat jetzt sowohl das Ereignis, das Ereignis ist Count. Das heißt, wenn das Ereignis Count kommt, weil jemand auf den Knopf gedrückt hat oder ein Alien totgeschossen, dann wird diese Transition erstmal überprüft, ob sie schalten, ob sie gehen, ob sie triggern kann. Dann wird geguckt, ist denn die Bedingung korrekt? Die Bedingung ist korrekt momentan, a ist 1, weil die Bedingung lautet einfach nur, a muss kleiner als 10 sein. Also Count kam, die Bedingung stimmt, aha, ich kann diese Transition gehen, ich gehe sie und führe dabei die Aktion aus. Plus plus a, a wird inkrementiert, a ist 2. Gut, Sie sehen, wie dieser Zähler funktioniert. a ist immer noch nicht 10, das heißt, das hier können wir immer noch nicht gehen, das heißt, das nächste, was wir machen, ist beim nächsten Count wieder gehen, a ist 3, a ist 4, a ist 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sofort, wenn er hier rüber kam, plus plus a, er ist auf 10, geht er sofort hier hin, weil die andere Transition sofort schaltet. Ja, also ein Zähler als eine Beschreibung eines Verhaltens über Zustände. Das sind jetzt drei Zustände, sage ich mal, salopp. Wir werden hinterher sehen, es sind eigentlich nur zwei, aber ich möchte Sie noch nicht verwirren. Also es gibt irgendwie den Startzustand, es gibt irgendwie den normalen Zustand, der zählen heißt, es gibt einen Endzustand. Und zusammen mit diesen drei Transitionen, die wir haben, diese initiale Transition, diese zum Ende hin Transition und diese reflexive, die immer auf sich selber geht, Transition, können wir ein Counter implementieren. Wir haben noch nicht gesagt, wo das a steckt und wir haben uns auch noch in diesem Modell nicht darüber unterhalten, letztendlich was da in diesen Bedingungen sprachlich verwendet werden kann. Das a steckt in einem Ding, das ich Kontext nenne. Kontext erlaubt uns, den Systemzustand von den Daten zu trennen. Das heißt, den Zustand, den kodieren sie ja in ihrem Modell, in ihrem Zustandsdiagramm. Und die Daten, hm, das ist irgendwie sowas wie das a. Man könnte jetzt, wenn man, also zum Beispiel das macht, wenn man Beweise über Algorithmen führt, gibt es Strategien, wie man das macht. Man könnte jetzt in den Graphen, in diesem, das sich ergebende Modell, ich weiß nicht, ob Sie das schon sehen, könnte man alle Werte einer Zahl kodieren. Das heißt, man könnte die Daten in das Zustandsdiagramm ziehen. Dann hätte man aber zum Beispiel für einen 16-Bit-Integer-Wert hätte man 65.536 Zustände, die eben die Zustände 0 bis 65.535 darstellen. Das wären die alle Zahlen. Und dann hätte man Übergänge von einer zur nächsten oder so. Das heißt, man könnte theoretisch Zahlen auch kodieren in den Zuständen von so einem Zustandsdiagramm. Aber weil das so wahnsinnig aufwendig wird, wer will denn schon über 60.000 Zustände, kann kein Mensch mehr durchschauen, sagt man einfach, und außerdem kennt der eine Integer-Variable hier. Das ist einfach zu überschauen, da muss ich nicht so viele Zustände machen. Da sage ich einfach, es gibt diesen Zugriff auf den Kontext, in dem stehen Sachen drin, die mir sonst den Parameterraum meines Modells sprengen würden. Man kann jetzt auf den Kontext in den Bedingungen und in den Aktionen darauf zugreifen. Ja, haben Sie ja gesehen. Wir konnten A mit 1 initialisieren, wir konnten A inkrementieren und wir konnten A auch auslesen. Wir könnten nämlich überprüfen, ob es zum Beispiel kleiner als 10 ist oder gleich 10 ist. Das ist also ein Kontextzugriff, der erlaubt es der State Machine eben mit den Daten umzugehen. Letztendlich, wenn Sie daraus Code machen, wird das alles in eine, die die Attribute der Klasse. Das sind letztendlich der Kontext. Ja, aber machen wir mal in SE2, da zeige ich Ihnen, wie Sie State Machines implementieren. Die Daten eines Ereignisses. Ein Ereignis hieß ja bei uns jetzt, jemand trinkt oder count oder so. In dieser Ereignisse, das sind ja Nachrichten, können Daten enthalten. Und es überrascht Sie vielleicht nicht zu wissen, so ein Ereignis kann auch ein Aufruf sein. Erinnern sich Sequenzdiagramme? Da haben wir über Nachrichten geredet. Das sind nichts anderes als Nachrichten, ein Empfang von Nachrichten, diese Ereignisse. Es kann ein Aufruf auf Ihrem Objekt sein. Das heißt, Zustandsübergänge könnten schlichtweg, wenn sie das Verhalten einer Klasse darstellen, Aufrufe der normalen Methoden auf dieser Klasse sein. Und natürlich können Aufrufe von Methoden Parameter haben. Das heißt, diese Nachrichten, die da eintreffen, die Ereignisse, die können Daten enthalten. Die können Informationen mitbringen. Ich nenne das oft der Payload. Also das, was halt hinten dran hängt an Informationen an einem Ereignis. Und das gehört auch zum Kontext. Es wird normalerweise technisch darüber gelöst, dass man im Kontext sowas hat wie Input oder so. Also ein Schlüsselwort, unter dem das aktuelle, oder wenn es mehrere gibt, auch mehrere, die aktuellen Ereignisse der Transition stehen. Die die Transition getriggert haben. Weil man eben auf diese Parameter ebenfalls zugreifen möchte. Es muss immer eine Möglichkeit geben, dass der Kontext diese Ereignisdaten enthält. Das Schöne an dieser Stelle, man kann auch tatsächlich die, ich nenne das aktive Zustandskonfiguration, also die Position der Halmerfiguren in ihrem Modell. Wo stehe ich gerade? Stehe ich bei Zählen? Stehe ich bei Glasleer? Was ist der Zustand von meinem Zustandsdiagramm? Das kann man da auch reinschreiben in den Kontext, wenn man mag. Und dann hat man ganz sauber getrennt etwas, was nicht über Zeit variiert. Nämlich der Graph von Kanten und Knoten oder auch Transitionen und Zuständen. Und die Information, also der Kontext, was hat die Variable A und wo stehe ich in diesem Graphen? Und wenn man das trennt, kann man das eine auf Platte schreiben, dann kann man das andere zum Beispiel auf einen anderen Rechner schicken und aus Platte wieder lesen und da reinstopfen und dann macht der andere Rechner an der gleichen Stelle weiter, wie der Rechner davor das Modell beendet hat sozusagen. Oder wo der Rechner vorher war. Das heißt, man kann zur Laufzeit migrieren und die Funktionalität merkt sich, wo sie war. Gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gewesen. Fand ich total spannend, als ich das mal implementiert habe. Also merken Sie sich an dieser Stelle einfach nur, Kontext hält die Daten, auf die wir in Bedingungen oder Aktionen zugreifen. Jetzt müssen wir über zwei Dinge reden, die es nicht in Standardautomaten gibt. So, und wenn ich Standardautomaten sage, meine ich Final-State-Machines oder erweiterte Zustandsmaschinen, erweiterte endliche Zustandsautomaten. Im Deutschen glaube ich. Im Englischen Final-State-Machines oder Extended Final-State-Machines. FSM oder E-FSM. E-FSM. Abgekürzt. Das sind so die Standarddinger, die man lange schon kennt, sage ich mal. Also FSM sind ewig alt. 70 Jahre oder so. Dann kamen zwei Sachen dazu. Und vielleicht haben Sie das schon mal gesehen. David Harrell, der ist ein Mensch, der hat sogenannte State Charts entwickelt. Und State Charts wurden als Basis für die Zustandsdiagramme in der UML herangezogen. Können Sie noch mal nachgucken. Ich hatte diese History-Folie, wo sozusagen gezeigt wurde, wo die UML herkam, in der generellen Einführung von UML. Und da ist es so, Harrell war einer der ersten, der hat schon Ende der 80er Jahre das entworfen und damit geforscht. Und der hat prinzipiell zwei Sachen gesagt, die Zustandsautomaten nicht haben. Und zwei sehr clevere Sachen. Er hat gesagt State Charts. Und er hat das mathematisch fundiert. Also er hat, das ist alles ziemlich formal rigide, diese ganzen Geschichten. Also auch FSM sind formal festgelegt, definiert. Und er hat auf diesem rigiden Gebäude mathematisch das weitergebaut. Und er hat dann gesagt, ja, wir können Zustände quasi verschachteln. Das heißt, ein Zustand kann Unterzustände haben. Und wenn der Zustand betreten wird, werden auch die Unterzustände oder einer dieser Unterzustände betreten. Und wenn der Zustand verlassen wird, werden auch alle Unterzustände verlassen. Das heißt, das sehen Sie hier. Prinzipiell, es gibt mehrere Arten, das darzustellen. Ich habe es jetzt gemacht, indem ich Unterzustände in einen Oberzustand reinzeichne. Und bitte verzeihen Sie mir das Beispiel, das ist nicht ganz sinnvoll. Ich habe eine Tür modelliert. Und ich habe gesagt, diese Tür, das ist ein Zustand Tür. Das ist ein ziemlich schwachsinniger Zustand. Tür. Okay, man kann auch sagen, Zustand höfig. Macht auch nicht viel Sinn, aber so ist es. So, und dann habe ich Unterzustände. Und der Unterzustand ist zum Beispiel offen und geschlossen. Das sind die Unterzustände. Und der geschlossene Zustand ist wieder in verschlossen. Also ist abgeschlossen mit dem Schlüssel. Und nicht verschlossen. Sprich, es ist so, dass ich die Klinke drücken kann und die Tür öffnen könnte. Dann wäre sie wieder bei offen. Also, eine Tür ist klar. Es gibt die Tür. Das ist hier ein Zustand. Dann gibt es die Tür in Geschmacksrichtung geschlossen. Natürlich. Ist einfach zugeklinkt, zugemacht. Und dann gibt es sie in offen. Also steht offen. Man kann einfach durchgehen. Und in dem Fall, dass sie geschlossen ist, könnte ich sie abschließen. Dann ist sie verschlossen. Oder ich könnte sie aufschließen, dann ist sie nicht verschlossen. Okay. Das heißt, ich kann eigentlich nur in... Sie können sich das auch als Baum vorstellen. Also, man könnte sagen, das ist die Tür. Und dann gibt es hier offen. Und hier gibt es geschlossen. Und hier gibt es verschlossen. Und hier gibt es nicht verschlossen. Tür, offen, verschlossen, äh, sorry. Geschlossen, verschlossen, nicht verschlossen. Das könnte so eine Art Baum sein. Und wir dürfen nur in den Blättern hängen. Also, unsere aktiven Zustände dürfen sich, müssen sich in den Blättern aufhalten. Klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Aber wenn Sie sich das vorstellen. Wir dürfen also nur bei offen sein oder bei verschlossen oder bei nicht verschlossen. Es darf also, es muss sich immer ganz runtergegangen werden und da wird sich aufgehalten. Und wenn man, also wenn man zum Beispiel Tür betritt als Zustand, man geht in Tür rein. Da können ja irgendwie hier außen, kann eine Assoziation auf Tür sein. Wir gehen also zum Zustand Tür. Dann müssen wir weitergehen. Wir müssen also sagen, naja, Moment mal. Ich brauche einen Unterzustand. Ich habe ja Unterzustände. Wo bin ich denn da? Und da müsste man in dem Modell sagen, wo man ist. Das heißt, man müsste zum Beispiel einen Initialzustand haben. Der sagt, okay, Initial sind wir in offen. Damit ist klar, wenn ich das erste Mal die Tür betrete, ist sie offen. Okay. Es entstehen also jetzt Unter- und Oberzustände, die miteinander zusammenhängen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel aus Tür rausgehe, hier einfach, wird, wenn ich vorher in Tür geschlossen, nicht verschlossen bin, wird da einfach rausgegangen und ich bin in meinem nächsten Zustand. Das ist, warum rede ich immer über dieses rausgehen und reingehen? Weil man letztendlich, man kann was machen, wenn man einen Zustand betritt. Man muss ein bisschen wissen, welche Zustände werden denn hier eigentlich betreten? Und welche werden, aus welchen wird rausgegangen? Weil auch dann kann man was machen. Das heißt, man kann eine Aktion daran hängen. Reden wir gleich noch drüber. Diese ganze Geschichte mit dem Verschachtelung von Zuständen verkompliziert diesen Zustandsein- und Austritt. Weil ich kann ja zum Beispiel, ich könnte zum Beispiel einen Pfeil haben, der so geht. Ich kann aus einem Blattzustand, einem ganz tief geschachtelten Unterzustand, kann ich einfach ein paar Ebenen höher rausgehen. Das ist völlig erlaubt. Genauso, wie es erlaubt ist, hier rauszugehen. Also von Tür sozusagen rauszugehen. Man muss also diese Verschachtelungshierarchie berücksichtigen. Das ist diese Komposition, das ist eine der Sachen, die Herre gemacht hat. Dann gab es noch eine zweite. Regionen. Das ist jetzt Parallelität. Nebenläufigkeit. Und das beides zusammen zeichnet State Charts aus. Die haben Verschachtelung und Nebenläufigkeit. Ansonsten sind sie ziemlich weit erweiterte Zustandsautomaten. Erweiterte endliche Zustandsautomaten. Was sind Regionen? Regionen ist ein Konzept, was es in der UML an vielen Stellen gibt. Erstmal ist es ein Namensraum. Eine Region ist ein Namensraum. Über Namensräume haben wir schon geredet. Pakete sind Namensräume. Klassen sind Namensräume. Anwendungsfälle sind Namensräume. Regionen sind auch Namensräume. Regionen enthalten Zustände, Zustandsübergänge, Unterzustände, alle möglichen Arten von Symbole. Und eine Region hat einen eigenen Kontrollfluss. Das ist ein nebenläufiger Bereich in einem Zustand. Wie schreiben wir das auf? Sehen Sie hier oben. Da haben Sie einen Zustand und da steht einfach der Name. Und dann kommt so ein zweites Compartment. Also so ein Querstrich. Und dann kommt, das ist das Wichtige, eine gestricherte Linie. Und die können Sie malen, wie Sie wollen. Also ich habe die jetzt hier vertikal gemalt. Die können die schräg malen. Also diagonal. Oder Sie können sie horizontal malen. Ganz egal. Diese Linie, diese gestricherte Linie, trennt mir zwei Bereiche. Und das ist der Bereich Region 1 und der Bereich Region 2. Das ist das Wichtige. Die heißen oft auch Swimlanes. Die werden zum Beispiel in Aktivitätsdiagrammen auch benutzt. Weil im Schwimmbecken haben sie diese rot-weißen Schwimmdinger, die die Bahnen abgrenzen. Diese langen Schwimmer, wo man weiß sozusagen, oh, da sind jetzt, da trainiert der Schwimmclub oder so. Da darf ich jetzt nicht hin. Oder ist abgesperrt für den Schulsport oder so. Deshalb Swimlanes. Also diese gestrichelten Schwimmer unterteilen eben die nebenläufigen Prozesse in der UML. Und sie müssen sich merken, wie das aufgeschrieben wird. Und beide Sachen führen jetzt unabhängig voneinander aus. Die Sachen in Region 1 führen völlig unabhängig von den Sachen in Region 2 aus. Das heißt, es ist parallel. Wenn ich jetzt in diesen Zustand hier oben reingehe, dann werden automatisch beide Regionen versorgt mit einem Kontrollfluss. Das heißt, beide laufen unabhängig voneinander los, werden aktiv. Und wenn ich den dann wieder komplett verlasse, egal wie, ich könnte zum Beispiel auch hier innen rausgehen irgendwie. Aus irgendwas, was da drin ist in der Region. Wenn ich zumindest diesen Zustand verlasse, werden alle von diesen aktiven Regionen beendet, werden also passiv. Und die Kontrollflüsse werden zusammengeführt und es gibt nur noch einen. Das heißt, diese nebenläufigen Tätigkeiten oder diese nebenläufigen Aktivitäten werden eingestellt. Bitte, gucken Sie sich einfach mal hier unten dieses Beispiel an, was ich Ihnen gemacht habe, damit Sie näher verstehen, worauf das hinausläuft. Ich habe da noch so ein bisschen mehr Notationen eingebaut, sage ich gleich was dazu. Also, was Sie hier sehen, sind sowohl die Nebenläufigkeit, die Regionen, als auch die Schachtelung. Weil zum Beispiel in diesem Zustand aktiv, den ich hier habe, gibt es Unterzustände. Zähle, tanze, posiere. Okay. Gehen wir einfach mal durch das Modell durch, von Anfang an. Mir ist langweilig. Ich beginne in einem Zustand, mir ist langweilig. Dann gehe ich erstmal aus diesem langweiligen Zustand heraus, treffe auf einen schwarzen Strich. Was soll mir dieser Strich sagen? Dieser Strich ist ein Konstrukt, das nennt sich Fork. Ein bisschen in Anlehnung von, wenn Sie mal so Unix Systemprogrammierung gemacht haben, dann ist der Fork das Spawnen eines neuen Prozesses, das Erstellen eines neuen nebenläufigen Prozesses auf Betriebssystemebene. Sie stoßen also etwas an, was parallel ausführt. Wenn Sie mehrere Kerne haben, echt parallel. Wenn Sie das über so ein Pseudomultitasking machen, also Zeitscheiben zum Beispiel im Betriebssystem, dann halt so Pseudoparallel. Aber prinzipiell ist es das Forking, das heißt, ich sage immer das Auseinanderführen des Kontrollflusses. Das ist vielleicht nicht so terminologisch so sauber, aber ich mag die Vorstellung. Hier geht der Kontrollfluss auseinander, Threads, mehrere Threads, also hier passieren Parallele, hier entstehen die parallelen Kontrollflüsse. Und daher gehen hier auch zwei Stück weiter, das heißt, diese Pfeile, da hat sich ein Pfeil in zwei geteilt, das sieht man ja. Und die landen jetzt einmal in der einen Region, das ist im Zustand Zähle, und einmal in der anderen Region im Zustand Tanze. Das heißt, vorher war mir langweilig, jetzt bin ich aktiv, und ich zähle, und ich tanze. Ganz wichtig, was gerade passiert ist, ich zähle und tanze nicht nur, sondern ich bin auch aktiv. Das heißt, wenn Sie mich jetzt fragen, in welchem Zustand bin ich, dann kann ich sagen, ich bin im Zustand Zähle, im Zustand Tanze, und im Zustand Aktiv. Weil gleichzeitig sind sie auch in allen Oberzuständen, wo sie in den Unterzuständen sind. Ja, das heißt, wenn Sie sich das wieder als Baum vorstellen, bis zur Wurzel haben Sie immer einen Pfad, der komplett aktiv ist. Gut, also, ich bin, ich zähle und tanze, und das Zählen, das ist einfach so, und ich habe jetzt ein bisschen andere Syntax benutzt, das muss überhaupt nicht stören. Ich zähle, wenn Count kommt, und wenn Count kommt, wird A um einen inkrementiert. Das ist ja so Pascal- oder Modular-Syntax. Wie gesagt, die UML ist da gar nicht festgelegt. Vorher habe ich C genommen, jetzt ist das anderes. Könnte auch plus plus A stehen. Gut, also ich zähle und zähle, und es wird gezählt und gezählt. Wozu mache ich das? Naja, hier hinten, gucken Sie mal. Da habe ich irgendwie wieder so einen Strich. Und der Strich hier, der führt zwei Sachen zusammen. Das ist ein sogenanntes Join. Ein Zusammenführen. To Join. Zusammenführen. Und das erlaubt mir, mehrere Kontrollflüsse zu reduzieren auf einen. Das ist Gegenstück zum Fork. Sie können sich auch vorstellen, ist ein Multiplexer und ein Demultiplexer. Welche Wörter Ihnen näher sind an der Stelle. Gut. Also hier sozusagen wird das wieder zusammengeführt. Unter welchen Bedingungen wird das zusammengeführt? Eine Bedingung steht hier. Wenn A über 1000 ist, größer oder gleich 1000, dann kann man diese Kante gehen. Diese ausgehende Kante. Setzt aber voraus, dass alle eingehenden Kanten an diesem Join, also alle Pfeile, die da reinlaufen, dass die sozusagen aktiv sein können. Das heißt, es muss sein, dass ich hier in Zähle bin. Na, das kann ich nicht vermeiden. In Zähle bin ich in jedem Fall. Ich muss aber auch in Posiere sein. Nur dann können diese Kante und diese Kante unter der Bedingung, dass A größer gleich 1000 ist. Nur dann kann das aktiv werden. Okay. Das heißt, ich kann zählen. Im oberen, in der Region mit dem Zähler. Kann ich bis 1000 zählen. Und das mache ich in drei Sekunden. Und dann habe ich aber immer noch die untere Region, wo ich immer noch tanze. Und zwar tanze ich 10 Minuten lang. Ich kann an Transitionen, kann ich als Ereignisse Zeiten definieren. Also ich kann Zeiten reinschreiben. Ich kann sagen, nach so und so viele Minuten, nur so und so viele Sekunden. Oder ich kann auch sagen, um 12 Uhr mittags. Das heißt, ich kann Zeitpunkte oder eine Zeitdauer reinschreiben. Kommt vielleicht bekannt vor. Geht auch hier. Das heißt, dieses Durations oder auch Zeitpunkte. Das ist etwas, was kann ich hier benutzen als Ereignis. Da könnte auch was anderes stehen. Weiß ich nicht. Der Hund bellt. Wäre auch ein Ereignis. Dann höre ich auf und posiere. Aber so sage ich, hey, ich zähle bis 1000 in diesem oberen Bereich. Ich zähle immer weiter, wenn ich 1000. Wenn ich über 1000 bin, dann bin ich zu Ende. Ich zähle zwar immer noch weiter, solange ich nämlich tanze. Und ich tanze 10 Minuten. Genau 10 Minuten. Dann posiere ich. Und je nachdem, was zuerst fertig ist, wartet man in posiere. Und er zählt halt, weil er noch nicht bei 1000 ist. Oder ich zähle immer noch höher, bin aber schon über 1000. Und komme dann erst nach posiere. Und sobald das zutrifft. Also ich bin hier und es ist über 1000 und ich posiere. Dann schaltet das hier. Und dann bin ich glücklich. Ich bin im Endzustand angekommen und glücklich. Also merkwürdiges Beispiel. Aber zeigten mehrere Sachen. Zum einen die Verschachtelung. Weil der Oberzustand aktiv hat drei Unterzustände. Zähle, tanze und posiere. Und zu einem Überfluss sind die nicht flach da drin. Sondern sie sind auch noch nebenläufig. Zähle ist nämlich nebenläufig zu tanze und posiere. Das wollte ich Ihnen hiermit zeigen. Und ich habe Ihnen auch noch Fork und Join gezeigt. Also wie Sie explizit den Kontrollfluss spalten und zusammenführen können. Und ich habe Ihnen auch gezeigt, dass Sie hier Sachen ranschreiben können. Sie könnten hier ein Ereignis ranschreiben. Sie könnten auch hier ein Ereignis ranschreiben. Bloß bei dem Fork und Join dürfen Sie das nur an die eine Kante machen. Nicht an die anderen, die da sind. Weil Sie dürfen nicht selektiv. Sie dürfen nicht sagen, naja, ich spalte jetzt den Kontrollfluss auf. Aber ich mache nur einen davon und den anderen mache ich später. Das geht nicht. Sondern das muss sozusagen, diese Grenzen müssen immer gleichzeitig für alle Kontrollflüsse überschritten werden. Ich habe Ihnen das jetzt gezeigt mit einer 1 zu 2 Fork und Join. Das geht bis zu beliebig vielen Pfeilen. Sie können also da bei dem ersten Fork 10 Bereiche gleichzeitig anspringen. Kein Problem. Okay, also ein Fork ist nicht auf 2 ausgehende Pfeile festgelegt. Können Sie so viele Kanten nehmen, wie Sie mögen. Jetzt kommt ein relativ esoterisches Konzept in der UML. Ist gar nicht esoterisch. Aber es ist schon ein etwas merkwürdigeres Konzept. Aber sehr, sehr nützlich. Hat ein bisschen mit der Zustandskonfiguration zu tun. Aber nicht mit dem Kontext. Weil UML kennt Kontext gar nicht. Kontext ist meine Erfindung. Oder ist eine Erfindung von vielen anderen schlauen Leuten. Ich nenne es bloß Kontext. Also. Sichern und wiederherstellen des Kontrollflusses. Das ist wieder so ein bisschen... Naja, ich bin nicht sicher, wie sauber ich hier terminologisch bin. Der aktiven Zustandskonfiguration vielleicht. Also es gibt den sogenannten History Connector. Notationell sieht das Ding so aus. Das ist ein Kreis. Ja. Wie viele Zustände, die nur wenig machen. Mit einem H drin. Ein H. Gut. Und das ist die History. Die Geschichte. Wenn ich jetzt einen Zustand verlasse. Indem auf der ersten Ebene. Also nicht tiefer verschachtelt. Sondern auf der ersten direkten untergeordneten Ebene. Ist leider so eine Einschränkung. Ein History Connector ist. So ein Ding. Dann wird beim Verlassen des Zustands. Die Zustandskonfiguration. Also wo stehen meine Halmerfiguren? In welchen Zuständen sind gerade aktiv? Wo bin ich gerade? Die merkt sich der History Connector. Und wenn ich diesen Zustand betrete. Indem ich den History Connector anspringe. Sorgt er dafür, dass diese aktive Zustandskonfiguration. Wieder genauso gesetzt wird, wie sie vorher war. Das heißt, ich kann aus dem Zustand rausgehen. Und ich kann dann exakt in die gleichen Unterzustände wieder reinspringen. Die er vorher hatte, als ich ihn verlassen hatte. Das ist das Feature. Ich zeig Ihnen ein Beispiel. Also ich beginne. Mir ist wieder langweilig. Mir ist anscheinend immer langweilig. Und ich bin aber auch hungrig. Ich bin also in einem Zustand langweilig und hungrig. Und danach gehe ich hier zu einem Fork. Und bin jetzt in einem Zustand lese und esse. Und mache zwei Sachen gleichzeitig. Ich lese ein Artikel und esse ein Sandwich. Ich sitze am Küchentisch, esse mein Sandwich, lese mein Artikel. Irgendwann bin ich damit fertig. Artikel gelesen. Aber der Artikel war so, so spannend. Das heißt, ich bin hier bei Artikel fertig. Aber ich bin immer noch bei esse Sandwich. Ich habe völlig vergessen zu essen. Ich habe drei Bissen genommen. Es liegt immer noch da. Das heißt, mein Sandwich ist noch nicht fertig. Das heißt, das ist jetzt meine aktive Zustandskonfiguration. Artikel fertig. Esse Sandwich. Und natürlich lese esse. Weil das ist ja der Oberzustand. Der ist auch aktiv. So. Beachten Sie den History Connector. Jetzt passiert folgendes. Das Telefon schellt. So. Sehen Sie, steht dran. Telefon schellt. Das heißt, der Zustand lese und esse wird verlassen. Damit wird verlassen der Zustand Artikel fertig. Und der Zustand esse Sandwich. Denn da war ich ja drin. Aber es gibt einen History Connector. Und der History Connector merkt sich jetzt. Wir waren, als wir das letzte Mal das betreten haben, waren wir bei Artikel fertig. Der war schon fertig. Und das Sandwich war noch nicht gegessen. Wir waren bei esse Sandwich. Jetzt telefoniere ich. Telefoniere und telefoniere. Und irgendwann hänge ich auf. Und betrete diesen Zustand wieder über den History Connector. Und der ist jetzt clever genug, dass er sagt, wir fangen jetzt nicht bei lese Artikel und esse Sandwich an. Sondern mit dem Artikel werden wir schon fertig. Wir fangen hier an, hier an. Und das muss ja auch aktiv sein. Das heißt, das ist jetzt meine aktive Zustandskonfiguration. Und wenn ich dann irgendwann mit dem Sandwich fertig bin und hier bin, dann kann ich tatsächlich auch gebildet und satt sein. Denn beides ist geschafft. Ich habe meinen Artikel gelesen und meinen Sandwich gegessen. Das ist also die Idee. Man kann rausgehen aus einem Zustand. Und wenn man ihn wieder betritt über den History Connector, dann ist es so wie vorher. Man kann, glaube ich, man kann sehen, dass das ein sinnvolles Feature ist. Ist ein bisschen, finde ich, obskur. Gibt es dann jetzt auch wieder noch in zwei Geschmacksrichtungen. Da erzähle ich gleich was dazu. Prinzipiell waren das die Features von Zustandsdiagrammen. Ich gebe noch so minimale Sachen. Wir müssen uns darüber unterhalten, dass nicht alles ein Zustand ist. Hatte ja schon angedeutet. Es gibt sogenannte Pseudo-Zustände. Pseudo-States. Der Unterschied ist folgender. Zustandsmaschinen sind reaktiv. Das heißt, von außen sieht eine Zustandsmaschine so aus, dass ich ein Ereignis darauf, ich sag mal, abfeuere. Also übergebe der Zustandsmaschine ein Ereignis. Dann wackelt die kurz. Ich will sagen, die ändert ihre Zustände. Die macht Berechnungen. Die tut Dinge. Und dann ist sie Dormant, nennt man das. Dann liegt sie passiv da und ist fertig. Prinzipiell, es heißt meistens so, dass dieser Trigger-Call oder der Event-Call kommt zurück, wo man das Event übergeben hat. Der returnt und dann weiß ich, die Maschine hat zu Ende gerechnet. So wird es normalerweise implementiert. Und dann braucht die auch keine CPU. Dann liegt die einfach nur da und tut nichts. Das heißt, das ist ein Ereignis. In dem Moment, wenn die wieder zurückkommt, dieser Call, ist das System beobachtbar. Ich kann also fragen, in welchem Zustand bist du dann? Und das wird sich auch nicht ändern, bis zur nächsten Nachricht, die ich da reinreiche. Das heißt, es ist reaktiv. Eine Änderung, eine Zustandsänderung der Maschine erfolgt nur über ein Ereignis. Nun kann man natürlich eine Zustandsmaschine so bauen, dass sie zum Beispiel zyklische Epsilon-Transitionen, diese Maschine kommt nie zur Ruhe, weil sie ständig zwischen zwei Zuständen wechselt. Das kann man bauen. Macht dann 100% CPU-Last und hält nie an. Haben sie eine Endlosschleife konstruiert. Das geht. Ist aber nicht, was wir wollen. Was wir normalerweise wollen, das ist auch der Vorteil von Zustandsmaschinen, ist diese Reaktivität. Die sind irgendwann zu Ende. Dann weiß ich auch, die sind zu Ende. Jetzt rechnen die nicht mehr. Die machen nichts mehr. Und ich kann sie beobachten. Ich kann gucken, in welchem Zustand bist du jetzt? Und ich weiß 100%, der ändert sich jetzt nicht mehr. Pseudo-Zustände kann ich nicht beobachten. Das System ist transient. Okay? Das bewegt sich noch. Das hat noch nicht zu Ende gewackelt. Das macht also noch Berechnungen, bei denen potenziell noch ein anderer Endzustand. herauskommen kann. Beispielsweise Fork. Ich kann ein System nicht angucken, nicht beobachten, während über diesen Fork-Strich gegangen wird. Ich kann nur gucken, es ist im Anfangszustand und es ist in den Endzuständen, die nach dem Fork daraus resultieren. Ich kann nicht sehen, wie es über den Fork geht. Aber es gibt dieses Ding. Es ist auch eine Form von Zustand. Und ja, ein Fork ist im Pseudo-Zustand. Und OML sagt folgendes. OML sagt, man kann beliebige Pseudo-Zustände nehmen und daraus Verknüpfungen machen. Ein Fork hatte ja eine Transition, die reinging in das Fork. Dann kam dieser Pseudo-Zustand und dann gingen andere Transitionen raus. Das heißt, ich kann, wie hier unten dargestellt, so Ketten von Transitionssegmenten, sage ich jetzt mal machen, die zu einer komplexen Transition wird. Und das muss nicht eine Kette sein. Das kann auch, also hier kann plötzlich noch eine abgehen und dann gibt es hier einen und von dem gehen auch noch zwei ab und so. Das kann ein Netz werden, auch ein Graph werden, nur in dieser einen Transition. Das wird in der OML tatsächlich als eine Transition aufgefasst, dieses Gesamte, der Graph von Segmenten. Das ist ein Grund, warum es mir überhaupt nicht gefällt. Das ist mir sehr schwer zu schreiben, wenn man das auswerten will. Ich habe mehrmals in meinem Leben schon solche Sachen automatisiert ausgewertet. Also OML-Zustandsmaschinen ausgeführt sozusagen. Und da hat man große Probleme mit diesen Transitionssegmenten, weil da sehr komplexe Dinge entstehen, die passieren können, während ein echter Zustandswechsel passiert. Okay, aber es gibt diese Dinge in OML, Pseudo-Zustände und man kann sie zu diesen Netzwerken mit Transitionssegmenten quasi verbinden, dass sie sehr komplizierte Transitionen werden, die dann von N auf M verschiedene Zustände abbilden. Was gibt es noch für Pseudo-Zustände, bevor ich hier zu weit in die Details abgehe? Der Initialzustand, das habe ich schon angedeutet. Man kann das System nicht in dem Initial, also nicht in diesem kleinen schwarzen Böppel, da kann ich es nicht drin beobachten. Ich kann es nur in dem beobachten, was hier hinter kommt. Hier hinter kommt ja irgendein anderer Zustand. In dem kann ich es beobachten. Das heißt, der Initialzustand, der läuft immer durch und dann endet das System in dem Zustand, wo drauf gezeigt wird. Das hat auch keine Ereignisse. Ein Initialzustand muss immer bedingungslos funktionieren, also auch keine Bedingungen. Man kann eine Aktion machen. Das geht. Und man braucht einen Initialzustand pro Region. Sie müssen also klar festlegen, für jede Region, die Sie haben, und ja, ein Zustand ohne Nebenläufigkeit hat eine Region. Jeder Zustand hat eine Region mindestens. Und das heißt, wir brauchen für jeden Zustand eine Definition, wie da reingesprungen wird, Initial. Das kann durch einen Pfeil von außen sein, wo ich es explizit zeige. Das kann durch so einen Initialzustand sein. Und in einer Region darf auch nur eine existieren. Ja, also eine Region darf nicht zwei Initialzustände haben, weil man muss klar sagen, wenn die aktiv wird, wo fängt es an. Und wenn Sie zwei haben, dann hätten Sie zwei Möglichkeiten, wo es an. Dann gibt es diese History-Dinge. Seichte, Shallow History und Deep History. Der Unterschied ist der Stern. Die tiefe History hat einen Stern und die seichte hat keinen. Und die Semantik unterscheidet sich dahingehend, dass die tiefe History rekursiv ist. Das heißt, die geht in alle Unterzustände runter und setzt alle Unterzustände, während die seichte History nur in der ersten Ebene der Kindzustände quasi den Zustand wieder neu setzt. Das heißt, in dem Beispiel, was wir gemacht haben mit dem Artikel und dem Sandwich, da war es ja nur eine Ebene. Da ging es ja nur eine Ebene runter. Das heißt, da hätten wir beide nehmen können. Da habe ich auch die seichte genommen. Aber manchmal haben Sie ja total, Sie haben fünf Schachtelungsebenen und wenn Sie die alle versehen wollen mit der Zustandskonfiguration, dann müssen Sie eine Deep History, eine Tiefe History nehmen. Also so einen Stern. Prinzipiell würde ich sagen, nehmen Sie einfach immer den Stern, sind Sie auf der sicheren Seite. Fork und Join haben wir schon gesagt. Das eine durch die Gabel trennt den Kontrollfluss auf. Dabei dürfen die ausgehenden Kanten keine Ereignisse oder Bedingungen tragen, nur die eingehenden Kanten. Wie gesagt, es gibt mehr als zwei. Sie können da drei oder vier oder n reinschreiben. Genauso ist Join. Das vereinigt Kontrollflüsse auch immer mehrere, nicht nur zwei. Und die eingehenden Kanten, weil es mehrere sind, tragen keine Ereignisse oder Bedingungen. Die ausgehenden dürfen aber. Dann gibt es noch die Terminierung. Kennen Sie auch von Sequenzdiagramm. Heißt, dass die Zustandsmaschine sofort beendet wird und es wird nicht aufgeräumt. Es gibt keine Form von Speicher aufräumen. Das wäre ein Endzustand. Da könnte man sagen, erfolgreiches Ende oder Fehlerende oder so. Aber Ende ist dieses kontrollierte Beenden. Terminierung ist so und jetzt war Schluss und ich mache gar nichts mehr. Also Terminierung ein Crashen sozusagen. Gibt es auch. Ist auch ein Zustand. Kann man halt auch anspringen. Gibt es noch meine Lieblinge? Absolut. Die Junction und den Choice. Das ist das, was Ihnen ermöglicht, komplizierte Netze aus Transitionssegmenten zu bauen. Sie können, machen Sie es erstmal nicht, sage ich mal. Ich würde Ihnen nicht raten, das einzusetzen. Sie können aus einer Transition nicht den Kontrollfluss ausspalten. Also Sie machen nicht zwei nebenläufige Sachen, sondern Sie nehmen zwei Alternativen. Sie sagen, naja, ich gehe zu dem Zustand, wenn a kleiner Null ist und ich gehe zu dem Zustand, wenn a größer Null ist. Und das ist eine Transition. Sie könnten ja auch zwei Transitionen machen. Sie können eine Transition machen mit der Bedingung a kleiner Null und eine Transition mit der Bedingung a größer Null. Nein, Sie können eine einzelne machen. Führt auf so eine Junction. Also sieht dann so aus. Hier gehe ich los, führe auf so eine Junction und dann führe ich hier hin in einen Zustand und hier in einen anderen Zustand. Und an dieser Stelle habe ich eben a kleiner Null und an der Stelle habe ich a größer Null. So, jetzt fragen wir uns, was ist bei a gleich Null? Und ja, ich kann ein sogenanntes hier. Ich kann ein else ranschreiben, wenn ich lustig bin. Das heißt, ich kann eine spezielle Bedingung an eine von diesen Transitionssegmenten hängen, die mir erlaubt, so gehe immer unter diesen Bedingungen da und da lang und alles andere gehe hier lang. Und das heißt, es ist eine Möglichkeit, ein Switch zu machen oder ein if zu machen. So eine Art von Fallunterscheidung. Merken Sie sich, dass das nicht den Kontrollfluss auftrennt. Es wird immer nur einer von diesen ausgehenden Transitionen beschritten, nicht mehrere. Während beim Fork werden alle der ausgehenden Transitionen gleichzeitig beschritten. Das ist ein massiver Unterschied. Das hier ist ein if oder ein Switch, während Fork ein, wie auch immer, New Thread, eine Form der Parallelität darstellt. Sie müssen die Widerspruchsfreiheit garantieren. Also natürlich ist es klar sichtbar, dass Sie, wenn Sie die Kanten selber wählen, die Bedingungen, dass Sie da Widersprüche machen können. Also es kann indeterministisch werden zum Beispiel. Oder Sie können Kanten doppelt belegen. Das müssen Sie alles garantieren als Modellierer, dass das nicht passiert. Es gibt dieses Else Etikett und bei der Junction, die ist eigentlich wie der Choice. Die machen das gleiche. Also Choice, dieses zweite, was Sie hier sehen, das macht genau das gleiche mit einem wesentlichen Unterschied. Die Junction, wenn da Bedingungen dran stehen, werden die ausgewertet hier. Ich gehe sozusagen da los und jetzt wird es ausgewertet für alle kommenden Transitionssegmente. Beim Choice wird es erst hier ausgewertet. Ich komme über diesen Pfeil zu diesem Element und dann wird geguckt bei den ausgehenden Kanten, wie sind die Bedingungen. Wie gesagt, das Junction wertet die alle vorher aus. Und denken Sie daran, diese Junctions, da können fünf Stück nacheinander hängen, die auch voneinander abhängen. Ja, da können Aktionen dran stehen. Das heißt, Sie können eine Variable in der ersten Junction schreiben, diese in der zweiten lesen. Und das wird, wie gesagt, bei den Junctions alles vorher ausgewertet. Und bei den Choices erst nach und nach, wo man da hinkommt. Das führt dazu, dass Choices, da kann man Sachen konstruieren, die die UML nicht auflösen kann. Ja, das ist auch bekannt seit vielen Jahren. Das Choices ist meiner Meinung nach ein schwieriges Statement. Ich würde erstmal sagen, ich halte die nicht für notwendig. Sie können alles mit einzelnen Transitionen abdecken, ist ein bisschen komplexer. Die sind dann in Aktivitätsdiagrammen, werden die sehr oft benutzt, weil man so eine Art Kontrollflussdiagramm damit macht. Widerstehen Sie dem Drang, das hier zu machen. Zustandsdiagramme sollten sich auf die Zustände konzentrieren. In Aktivitätsdiagrammen, die wir jetzt nicht besprochen haben, können Sie gerne so eine Art Kontrollfluss ausdrücken. Machen Sie das nicht in Zustandsdiagrammen. Da müssen Sie da so ein bisschen zwar auch was zu sagen, nämlich diese Bedingungen und welche Ereignisse kommen. Aber es geht vielmehr darum, in welchen Zustand sich jetzt ein Objekt... Also, Junction und Choices, sollen Sie kennen, sind Pseudo-Zustände. Erstmal nicht benutzen, wäre meine Empfehlung. Machen wir ein Beispiel für ein Verhaltensmodell. Das Beispiel kommt von mir, ist aus meiner Doktorarbeit. Ich habe mich mit der Interpretation von UML-Zustandsdiagrammen befasst. Und das ist tatsächlich ein großer Teil meiner Doktorarbeit gewesen. Und dieses hier ist ein erstmal, denken Sie vielleicht, komplexes Modell. Es gibt viel komplexere, aber es zeigt Ihnen ziemlich viel. Wir haben nämlich einiges drin. Wir haben die Schachtelung von Zuständen drin, bis auf vier Ebenen tief. Wir haben Fork und Joints drin. Wir haben Parallelität. Wir haben History. Wir haben Aktionen und Events, aber keine Bedingungen. Okay, aber wir haben fast alles, was man so machen kann. Kein Choice, kein Junction, keine Terminierung und so. Aber zumindest die Schachtelung und die Parallelität. Das ist das, was ich sozusagen Ihnen nochmal veranschaulichen möchte. Dieses Modell hat keinen Sinn. Doch es hat natürlich einen Sinn. Und zwar musste ich einen Benchmark entwickeln. Also ich wollte wissen, was für Modelle eignen sich, um die Geschwindigkeit von Interpretern für Zustandsdiagramme zu beurteilen. Es gibt Interpreter für Zustandsdiagramme. Es gibt sogar Sprachen, für die sind standardisiert. Und ich wollte wissen, wie schnell führen die aus? Und dazu habe ich Modelle entworfen, mit denen man auf vernünftige, das sage ich mal durchdachte Weise, verschiedene Aspekte dieser Ausführungsgeschwindigkeit messen kann. Und dieses hier ist die Frage, wie schnell kann ich diese Kontrollflüsse aufbauen und abbauen? Das ist prinzipiell, was man damit misst. Und wie passiert das? Letztendlich läuft man quasi alphabetisch durch diese Zustände durch. Und dann gibt es zwei Calls. Es gibt den Call Timestamp hier, der klebt an dieser Transition. Und es gibt den Call Timestamp hier, der klebt an dieser Transition. Das heißt, wenn ich diese Transition hier gehe und wenn ich diese hier gehe, wird jeweils ein Zeitstempel geschrieben. Das heißt, und da die sind einmal am Anfang und einmal am Ende, das heißt für jeden Durchlauf von diesem Modell, habe ich ein paar von Zeitstempeln. Und wenn ich ein paar von Zeitstempeln habe, also Uhrzeiten, und wenn ich die voneinander abziehe, also den ersten vom zweiten abziehe, kriege ich die Differenz, die das Ding gebraucht hat, während das da durchlief. Ist ein bisschen komplizierter. Ich darf zum Beispiel nicht Wall Clock nehmen, nennt sich so. Also ich darf nicht die Uhrzeit mitschreiben, wie sie in der Systemuhr steht, sondern ich muss die Zeit mitschreiben, die tatsächlich der Prozess auf der CPU verbraucht. Solche Calls bieten einem das Betriebssystem. Dann wird alles sozusagen ausgeklammert, was von anderen Prozessen kommt. Das ist wichtig, weil natürlich Ihr Betriebssystem tausend Sachen im Hintergrund macht. Also wenn Sie jemals messen, sorgen Sie dafür, dass Sie nicht alle Sachen mitmessen, die Ihr Betriebssystem noch macht, sondern nur das, was Ihr Prozess auch verbraucht. Und ja, es gibt dafür Betriebssystemaufrufe, um nur die CPU-Zeit Ihres Prozesses zu kriegen. Das heißt, Timestamp basiert nur auf der CPU-Zeit des Prozesses. Das ist wichtig beim Messen. Wie auch immer. Gucken wir uns an, wie das funktioniert. Ich will Ihnen ja jetzt nicht erzählen, wie man vernünftig UML-Zustandsmaschinen benchmarkt. Könnte ich stundenlang darüber reden. Interessiert aber niemanden. Doch, ein paar Leute. Aber ich glaube, Sie gerade nicht. Sie wollen vielleicht wissen, wie funktioniert das hier mit den Schachtelungen? Wie ist das mit dem Reingehen, rausgehen und so? Gucken wir uns doch an, wie das Modell funktioniert. Ich beginne hier. Und jetzt gehen wir rüber und enden in diesem Zustand in. Das ist der Zustand, in dem wir jetzt sind. Der Zustand in. Okay. Jetzt kommt ein Event. E01 heißt das Event. Und da gibt es eine Transition, die schaltet damit. Das ist das Zustand E01. Dann gehe ich hier rüber und lande in A. Hervorragend. Ich bin im Zustand A. Jetzt kann ich sofort über die ausgehende Transition gehen unter dem Schreiben eines Timestamps. Das ist eine Epsilon-Transition. Da steht kein Event dran. Das heißt, ich gehe sofort hier lang. Stoße auf ein Fork. Forke mich auf. Gehe zu C. Und gehe zu D. Da bin ich jetzt. So. Da muss ich jetzt anhalten, weil die ausgehenden Transitionen, die schalten mit. Genau. E02. Jetzt warte ich auf E02. E02 kommt. Dann wird unabhängig voneinander einmal hier geschaltet. Und siehe da. Da trennt sich der Fluss wieder auf. Ich bin hier und hier. Und hier genauso. Trennt sich der Fluss wieder auf. Ich bin hier und hier. So. Ich bin ja jetzt nicht nur bei. Ich nehme das mal weg. Ich bin ja jetzt nicht nur bei G, H, I und J. Nein. Denken Sie dran. Ich bin auch in den Oberzuständen. Ich bin also auch aktiv in E, in B und in Outer. Das ist meine aktive Zustandskonfiguration. Das ist das, welche Zustände alle aktiv sind. Jetzt kommt E03. Na, wenn E03 kommt, dann bin ich jetzt in K, L, M, N, E, B, Outer. Ich bin einfach immer weitergerutscht in dem Inneren. Aber die oberen Zustände bleiben alle gleich. Okay. Jetzt kommt E07. Na, wo ist E07? Was passiert? In welchem Zustand bin ich wohl als nächstes? Exaktemente. Ich bin alleine im Zustand in. E07 geht aus dem allerobersten Zustand raus. Das wäre Outer. Und damit terminieren B, E, K, L, M, N. Sind sozusagen weg. Aber, gucken Sie mal hier. Genau. Ich habe einen Deep History Connector. Einen rekursiven History Connector. Das heißt, wenn ich Outer wieder betrete, weil er auf der ersten Kinderebene von Outer sitzt, werden die Zustände wieder hergestellt. Und das tue ich jetzt mit E08. Sehen Sie? Hier. Ich betrete den Outer-Zustand wieder. Was dazu führt, dass History gefunden wird. Haha. History fungiert hier übrigens auch als Initialzustand. Ja. Also wenn History nicht belegt ist, würde er zu A gehen. History ist aber belegt. Nämlich mit. Outer habe ich E betreten. Okay. Aber es ist belegt mit B, E, K, L, M und N. Und F natürlich. Sorry. Den vergesse ich. Ja. Also M und N. F ist der Oberzustand. K und L. E ist der Oberzustand. Und da E und F belegt sind, B ist der Oberzustand. Und da B belegt ist, Outer ist der Oberzustand. Diese sind jetzt alle belegt. Die wurden aus dem History Connector rekonstruiert. Weil der sich das gemerkt habe, hat, als ich mit der E07-Transition rausgegangen bin. Okay. Ähm. Jetzt kommt E04. Wo bin ich? Ja. Relativ einfach. Ich bin immer noch bei Outer, B, E und F und O, P, Q, R. Aber nicht mehr lange. Denn wie Sie sehen, sind jetzt alle Bedingungen erfüllt für die Joints auf der rechten Seite. Das heißt, dieses, dieses, das, da und S und T. Und dieses, dieses, das, da und S und V. Das heißt, wir sind jetzt in V, T, nicht mehr in E, nicht mehr in F. Denn die haben wir verlassen. Aber immer noch in B und in Outer. Danach kommt E05. Wir sind in Outer, B, S und U. Dann schlagen zu diese hier. Diese hier. Es wird ein Timestamp geschrieben und ich bin in Out. Danach wird wieder mit E06 rübergegangen und ich bin in In. Und jetzt kann ich wieder anfangen. Oder ich kann durch E09 auf das Ende gehen. Warum habe ich diese Schleife gebaut? Also warum gibt es E06? Die Idee ist, dass man da durch dieses Modell 10.000 mal durchläuft und einen Durchschnittswert nimmt. Es gibt so, das ist damals habe ich das mal mit Java gemacht und ich habe es auch mal mit C++ gemacht. Ich habe auch generierten Code genommen. Und zum Beispiel in Java gibt es einen Effekt, da gibt es einen Just-in-Time-Compiler. Und wenn der merkt, dass eine Sache oft benutzt wird, fängt er an intern dafür Maschinencode zu generieren. Und nächstes Mal wird das direkte Maschinencode ausgeführt. Das liegt daran, dass Java potenziell, das ist so eine krasse Sache, das bastelt sich zur Laufzeit, assembliert das sozusagen, das bastelt sich Maschinencode. Heißt, es passt sich ideal an eine zugrunde liegende Plattform an. Und das macht es zum Beispiel, sieht man relativ gut in den Messungen. Zum Beispiel, als erstes macht es das nach vielleicht tausend Mal. Wenn man tausend Mal durchgelaufen ist, fängt plötzlich der JIT, der Just-in-Time-Compiler an, mal sich das anzugucken und zu sagen, Moment mal, du bist jetzt so oft da, hast du diesen gleichen Befehle ausgeführt. Machen wir doch mal Maschinencode raus. Und dann wird es radikal schneller. Das ist abgefahren. Und da sieht man so richtig Sprünge in der Laufzeit zu dem Zeitpunkt. Es gibt noch mehrere Stufen, wo der JIT das macht. Und jetzt halten Sie sich mal fest, durch diesen Mechanismus hat Java die Chance, und ich habe das rechnerisch zeigen können, schneller als C++ zu sein. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen? Es liegt daran, dass Java zur Laufzeit durch diesen JIT-Mechanismus in der Lage ist, den Maschinencode zu ändern. Das kann C++ nicht. In C++, die beste Sache, die Sie haben können, ist, Sie kompilieren für exakt Ihre Plattform mit exakt Ihrem Prozessor. Das heißt, der Compiler kann sämtliche Flex stellen Sie ein, sodass exakt diese Hardware genommen wird. Ist dann zwar völlig inkompatibel mit anderen Plattformen. Normalerweise würden Sie so für x86 generell kompilieren. Aber grundsätzlich können Sie es natürlich genau auf Ihre Plattform zuschneiden. Und dann ist es auch sau schnell. Aber wenn Sie dieses Binary irgendwo anders nehmen, entweder funktioniert es nicht oder es ist langsamer. Und Java hat eben die Chance, sich zur Laufzeit auf die Plattform einzustellen. Das war für mich sehr überraschend an der Stelle. Das hat jetzt auch nichts mit dem Verhaltensmodell zu tun. Was sollen Sie an dieser Stelle mitnehmen? Ich hoffe, Ihnen ist klar geworden, was passiert mit den Zuständen, wenn wir durch dieses Modell gehen? Was passiert vor allen Dingen mit Unterzuständen? Was passiert mit Nebenläufigkeit? Wie wirkt der History Connector? Wie schalten hier generell Transitionen aufgrund von Ereignissen, die kommen? Wir haben jetzt weniger darüber gesprochen, wie Aktionen ausgelost wird und Bedingungen. Aber das haben wir eigentlich ja schon am Anfang. Sie müssten jetzt eigentlich alles Rüstzeug haben, um die Übung zu machen. Ein paar weiterführende Informationen möchte ich Ihnen natürlich noch mit auf den Weg geben. Umldiagrams.org kennen Sie. Da gibt es natürlich auch einen Abschnitt zu State Machines. Und dann gibt es etwas, mit dem Sie rumspielen können, StateChart XML. Gibt es übrigens auch in Qt Creator, wenn Sie bei SC2 sind, eine Integration, wo man das probieren kann. Also das ist ein Apache-Projekt und inzwischen auch ein B3C-Standard. Da können Sie in Webseiten in XML definierte State Machines, StateCharts, also tatsächlich die mit Parallelität mit unterzustellen, können Sie in Webseiten einbinden, auch in JavaScript abfeuern und so. Ist ganz spannend, weil man dann eine sehr einfache Möglichkeit hat, mal so State Machines auszuführen. Ja, ansonsten Literatur. Das Spannendste ist wohl Hopcroft et al., die Introduction to Automata Theory, Languages and Computation. Ist ganz interessant, ist auch so ein Buch, was Ihnen viel erstmal über diese Automaten beibringt und dann auch in Richtung Compiler-Technik geht und so, wo das sehr wichtig ist. Dann können Sie natürlich immer lesen, meine Dissertation, viel Spaß, 280 Seiten, Interpretation of Behavior Models at Runtime. Können Sie für 100 Euro kaufen oder unter diesem Link downloaden, denn es ist kostenlos der Quelltext. Nicht der Quelltext, aber der Text an sich. Den habe ich einfach unter Creative Comments gestellt. Ich habe ihn auch als Buch drucken lassen, aber ich glaube, ich habe noch kein Exemplar verkauft aus irgendeinem Grund. Jedenfalls finden Sie hier den Text von der PhD. Ich kann Ihnen nicht raten, den durchzulesen. Das bringt für Sie gar nichts. Konzentrieren Sie sich auf andere Sachen. Was Sie aber machen können. Da gibt es nämlich einen Anhang. Ein von vier. D, E, F. Weiß nicht. Irgendeiner der Anhänge. Da habe ich auf ein paar Seiten, vielleicht auf sieben Seiten oder so, mal auf Englisch sämtliche Features eigentlich von UML State Machines beschrieben. Halte ich für eine relativ gute Geschichte. Also gehen Sie da hin, hier zu diesem Link. Können Sie sich runterladen. Gucken Sie nur in den Anhang rein, wo diese UML Beschreibung drin ist für die Zustandsmaschinen. Das können Sie lesen, wenn Sie nochmal einen Überblick wollen, wie Zustandsmaschinen sozusagen beschaffen sind. Ansonsten lassen Sie mich bitte zusammenfassen. Wir haben uns um UML-Zustandsdiagramme gekümmert. Die stellen Zustandsmaschinen dar. Und zwar haben wir die Geschmacksrichtung Verhaltenszustandsmaschinen. Behavioral State Machines. Die haben wir uns angeguckt. Es gab auch nur Aktivitätsdiagramme. Beide sind Möglichkeiten, Verhalten in der UML darzustellen. Grundsätzlich, Zustandsmaschinen bestehen aus Zuständen. Und da gab es diese besonderen Zustände. Initialzustand ist ein Pseudo-Zustand. Und Endzustand ist ein echter Zustand. Das heißt, darin kann man das System beobachten in einem Endzustand. Dann gab es die Transitionen oder Kanten, die Zustandsübergänge machen. Also Zustände miteinander verbinden. Diese können beschriftet werden. Man kann drei Sachen dran schreiben. Eine Menge von Ereignissen. Meistens nur eins oder auch keins. Dann ist es eine Epsilon-Transition. Dann in eckigen Klammern, wenn man möchte. Man kann es auch weglassen. Eine Bedingung, eine boolsche Bedingung. Und die muss true sein, damit diese Transition schaltet oder aktiviert werden kann. Und optional wieder ein Schrägstrich und eine Aktion dahinter. Wie diese Aktion und wie diese Bedingungen ausgedrückt werden, legt die UML nicht fest. Es kann also irgendwas sein, was Sie möchten. Da gibt es sozusagen sogenannte Expression Languages. Da haben Sie so einen kleinen Expression-Language-Interpreter, den Sie bei Ihnen in Ihre Programmierprojekte einbinden können. Sehr spannend. Das kann man zum Beispiel gut benutzen. Dann habe ich kurz den Kontext erwähnt. Das ist für mich, sind das sämtliche Daten, auf denen so eine Zustandsmaschine arbeitet. Dass A was inkrementiert wurde. Wir haben über Komponierbarkeit, über die Komposition von Zuständen gesprochen. Also Oberzustände, Unterzustände. Und die Besonderheit, dass wenn man aus einem Zustand rausgeht oder reingeht, eben auch die Ober- und Unterzustände jeweils verlassen oder betreten werden. Dann haben wir über Regionen, also Nebenläufigkeit geredet. Es gibt überall Regionen. Jeder Zuschauer hat mindestens eine Region. Aber wenn er mehr als eine hat, laufen die nebeneinander parallel ab. Und Regionen sind Namensräume und können wieder Zustände enthalten und alles, was wir vorher gemacht haben. Pseudo-Zustände, Transitionen, alles dieses. Dann gibt es Pseudo-Zustände. Zum Beispiel der Initialzustand oder Fork, Joint, Junction, Choice, Determinierung. Alle möglichen. Ich habe hier noch ein paar verschwiegen. Was ich hier nicht verschwiegen habe, ist History. Also die Möglichkeit, vor allem Deep History, auch rekursiv, Unterzustände wieder herzustellen, wenn man mal früher aus einem Zustand rausgegangen war. Meiner Meinung nach so ein bisschen das komplexeste Konstrukt bei UML-Verhaltensdiagrammen. Aber durchaus auch nützlich, wie Sie oft nicht gesehen haben. Ja, und damit ist der fachliche Teil zu Ende. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht. Machen Sie die Übung und ansonsten bleiben Sie gesund.